nicht genug du brauchst mich jedoch nicht anschreien ich habe jetzt schon wenig energie ich in der theorie auch das machen können ich lasse mich einfach mal fallen ja das war ein tiefer sturz da ist auf jeden fall das objekt was ich suche aus der asche wurde ich wiedergeboren okay drückt mal wie du befehlst mitte ist dafür so jetzt gehst du noch schön auf so habe ich das doch gern na bitte skelettschlüssel nur wie geht das da auf gibt es hier irgendwie eine verbindung wieder ich würde schon ganz gerne an diesen schlüssel kommen oder was heißt schlüssel schlüssel habe ich ja schon da muss man scheinbar mit irgendeinem portal hin die habe ich ja schon mal gesehen diese portale sind die irgendwie zu was sind die ups entschuldigung das war ich das war ich ich war zu blöd verdammt ey mir macht das leben gerade richtig sorgen sobald ein kampf kommt weiß ich nicht ob wir den überleben ich kann es euch was haben wir denn da ha 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 relique von rennagort juhu fress das ähm nein nein ich habe keine tränke ich habe keine tränke ich werde dienen ich werde dienen na tu dat ja 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 hm 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 das ist schön jetzt ist hier was aufgegangen hui nicht runterfallen ich kann alles tun nur nicht runterfallen oh alles nur nicht runterfallen hepp ähm verdammt was was mache ich denn hier jetzt kann ich das hier ne von hier aus kann ich das nicht wirken da wäre auch ein bisschen verdammt ich hänge hier so ein bisschen rum ja leute schade da kommt man nicht rein ich habe hier so einen kleinen durchhänger ähm nein es wird mir wieder leben abgezogen na geil ah ich glaube ich sehe was ich glaube ich sehe was ich hoffe ich treffe es auch nicht das nicht das aber das gibt es doch nicht ich ich bringe mich hier noch selber um ach man ey dass ich keine tränke mitgenommen habe das ärgert mich jetzt ungemein ja natürlich wie hätte es auch anders sein können ich sterbe hier durch meine eigene blödheit leute das ist nicht mehr feierlich ich muss hier hin ah lol sag mir nicht wie du befehlst woher geht mir doch einfach einen trank oder eine große gegnerwelle die man einfach mit einem so einem richtig schönen lebensraubschlag attackieren kann ich glaube da brauche ich den größten anlauf den ich habe für oh oh alter das ist doch jetzt dein ok was ist dein fucking problem man zack und das konntest du gerade eben nicht tun oder was oh banan also langsam glaube ich echt dass das spiel mich hier so ein bisschen verarschen will ich brauche einen trank einen trank man oh ja das klingt ja wieder sehr nett Geld mit Geld kann ich nicht zu werfen Geld mit Geld kann ich nicht zu werfen dann habe ich das hier auch so weit wie gesichert dann habe ich das hier auch so weit wie gesichert soo warum sollte ich hier hin komische Typen komische Typen komische Typen ja geht doch nein nein natürlich direkt ballern sie mir einen rein ich will nicht kämpfen ich will nicht kämpfen aber ihr lasst mir keine wahl da ist er ja wieder mein Freund und Helfer und du auch mein nicht Freund und Helfer habe ich jetzt irgendwas geändert keine Ahnung wird sich schon zeigen bitte kein Kampf aus der Asche wurde ich wieder geworden oh ja die ich werde deinen Kampf nehmen ich werde deinen Kampf nehmen ich werde deinen Kampf nehmen du bist du zu sagen uh ich werde deinen Kampf nehmen nein oh oh das entschmerzen theoretisch könnte man das jetzt als Hard-Bot-Challenge ansehen sowas die Kamerache ich habe es überlebt oh Fick dich oh komm Gebt mir Leben. Jeder kämpft gegen einen oder was? Oh, oh. Oh. Gott sei Dank, dass ich nie beschwören kann, ey. Oh. Leute, Leute. Boah, ich muss jetzt gerade mal kurz verschnaufen. Boah. Das war krass. Das war einfach nur... Boah. Ich hab echt für einen kurzen Augenblick gedacht, wir sterben. Ernsthaft. Das hab ich echt gedacht. Aber ist ja Gott sei Dank nochmal gut gegangen. Unnötig. Ist ja gut.